Heiliger Geist, ich weiß, dass du jetzt hier bist. Ich danke dir für deine Berührung. Ich danke dir für deine Heilungskraft. Ich danke dir für deine Richtungsweisung. Ich danke dir für deine Liebe. Wir preisen dich. Keiner ist so wie du, Herr. Ich spreche jetzt dein Wort über deine Kinder. Es wird keine Niederlage geben. Kein Coronavirus. Kein Tod. Das wird nicht geschehen im Namen von Jesus Christus in der Kraft des Heiligen Geistes. Ich spreche jetzt in ihre Leben. Ich prophezeie im Namen von Jesus Christus. Sie werden das Licht sein in dieser Welt. Du wirst sie einsetzen. Zeichen und Wunder werden ihr Anteil sein. Wir danken dir, Herr. Denn wir ehren deinen Namen. Den Namen unseres Herrn Jesus Christus. Und in diesem Namen geschehen Zeichen und Wunder. Halleluja. Ihr könnt mir nachsprechen. Im Namen von Jesus Christus. Im Namen von Jesus Christus. Ich weigere mich, Angst zu haben. Weigere mich, Angst zu haben. Ich weise jede Vermutung des Teufels zurück. Ich weise jede Vermutung des Teufels zurück. Ich bin nicht verwirrt. Ich bin nicht verwirrt. Ich bin erfüllt mit dem Heiligen Geist. Ich bin erfüllt mit dem Heiligen Geist. Und voller Weisheit. Und voller Weisheit. Es gibt keine Dunkelheit in mir. Es gibt keine Dunkelheit in mir. Ich bin voller Licht. Ich bin voller Licht. Nichts kann mich runterziehen. Ich kann nicht entmutigt werden. Ich spreche im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Der Name, der über jedem anderen Namen steht. Der Name, der über jedem anderen Namen steht. Ich befehle der Heilungskraft Gottes, aktiv zu sein in meinem Körper. Jeder Kontakt mit einem Virus oder einem Bakterium muss direkt sterben. Jeder Kontakt mit einem Virus oder einem Bakterium muss direkt sterben. Ich bin geheilt vom Kopf bis zu den Füßen. Ich bin geheilt vom Kopf bis zu den Füßen. Ich befehle jeder Schwere, mich zu verlassen. Nicht zu verlassen. Jede Enge in meiner Brust. Jede Enge in meiner Brust. Jede Enge in meiner Brust. Jede Enge. On my head. In meinem Kopf. Jede Enge in meinem Kopf. Jede Enge in meinem Kopf. Jede Enge in meinem Kopf. Ist jetzt gelöst. Ist jetzt gelöst. Jede Enge in meinem Kopf. I am healed by the power of the Holy Ghost. Ich bin geheilt. Ich bin geheilt. von Zerstörung. Ich lebe für Gott. Denn Gott ist mein Vater. Mein Vater. Mein himmlischer Vater. Der treu und gnädig ist. Es gibt nichts, wovor ich mich fürchten brauche. In Jesu Namen. Amen. Gepriesen sei der Herr. Halleluja. Der Glaube wirkt immer. Er versagt nie. Das solltest du unbedingt glauben. Der Glaube versagt nie. Was ich euch jetzt gesagt habe, ist das Geheimnis des Lebens. Der Glaube versagt nie. Niemals. Wenn du etwas sehen kannst, in deinem Geist, wenn du etwas siehst, was Gottes Wort dir sagt, dann wird das auch sichtbar werden. 100%. Alles, was du sehen kannst, aus deinem Geist heraus, das, was in deinem Geist wirklich ist, real ist, das ist dein Glaube in Aktion. Du kannst genau das haben, Glaube versagt nie. Wenn jemand krank ist, und diese Person kann sich selbst geheilt sehen, die Person kann sich selbst als geheilt sehen, aus ihrem Geist heraus. Aus ihrem Geist heraus. Wenn du das erkennen kannst, dann wirst du geheilt. Diese Krankheit muss weichen. Aber das Problem ist, du selbst siehst dich gar nicht so. Das ist das Problem. Und das, was du siehst, das bekommst du auch. Und genau das bewirkt Angst. Du siehst, warum ist die ganze Welt jetzt in selbst zu zerstören? Genau das ist das, was sie sehen. Deswegen versagt unser Glaube nie. Niemals. Niemals. Schaut doch mal in eure Bibel. Die Menschen, die in der Bibel gestorben sind, die sind im Glauben gestorben. Die wussten, wann und wie. Habt ihr das noch nicht festgestellt? Die sind nicht durch einen Unfall gestorben. Wie kann denn jemand durch einen Unfall sterben? Du sagst, Pastor Alex, sei vorsichtig. Du weißt nie. Ich weiß. Warum sollte ich denn in einem Unfall sterben? Denn die Bibel sagt, er hat seine Engel ausgesandt, mich zu beschützen. Mich zu behübten. Die Engel sind also da. Aber wenn ich denke, wenn ich so denken kann, und das glauben kann, dann sind diese Engel auch aktiv. Wisst ihr? So vertraut man Gott. Und lasst euch nicht täuschen. Wenn ihr nicht wirklich glaubt, dann weiß Gott das auch. Denn die Bibel sagt, dass Gott in eure Herzen schaut. Also tut nicht so, als würdet ihr glauben, aber eigentlich glaubt ihr gar nicht. Ihr müsst glauben. Aber wie kommt es denn dazu? Der Glaube kommt vom Hören des Wortes Gottes. Durch das Wort Gottes. Gepriesen sei der Herr. Ich würde euch gerne etwas zeigen, was wir jetzt zu dieser Zeit tun sollen, zu dieser Zeit der Pandemie. Erstens. Beten. Und ich zeige euch heute was über Beten, weil das so, so, so wichtig ist. Ich kann euch heute etwas sagen. Wenn du nicht betest, dann wird sich auch nichts verändern. Gar nichts wird sich ändern. All die Menschen in der Welt, die können gar nichts verändern. Sie können demonstrieren. Sie können wütend sein. Sie können sagen, was immer sie wollen. Sie werden nichts damit verändern. Es wird sich nichts ändern. Die Einzigen, die Dinge wirklich verändern können, sind Christen. Das ist einfach eine Tatsache. Denn diese Dinge, die sie tun, die sind dämonisch. da stecken Geister hinter. Böse Geister. Wenn wir also beten, dann sind die Engel aktiv. Und die Engel können die Aktivitäten der anderen Seite stoppen. Deswegen müssen wir beten. Und wegen unserer Gebete geht es noch in eine gute Richtung. Halleluja. Ihr müsst euren Job tun. Ihr müsst eure Pflicht erfüllen. Versteckt euch nicht. Da, wo du bist, da, wo du arbeitest, bete. Bevor du aus dem Haus gehst, bete. Das ist der Schlüssel. Und das Licht ist stärker als die Dunkelheit. Gott ist stärker als der Teufel. Und wir sind seine Kinder. Wir können also beten und siegen. Wirklich. Wir können also entspannt sein. Denn das stimmt. Ich würde euch gerne die Macht im Gebet zeigen. Ihr seid die Lösung. Wirklich. Ihr seid die Lösung. Und ihr seid nicht klein. Ihr seid groß. Ihr seid sehr, sehr groß. Ihr seid sehr, sehr groß. Der Teufel möchte, dass du von dir denkst, dass du schwach bist. Dass du krank werden könntest. Dass es dir so schlecht geht. Er möchte, dass du dich schuldig fühlst. Er möchte, dass du denkst, du kannst überhaupt nichts. So hätte der Teufel gerne, dass du denkst. Aber Gott möchte, dass du anders denkst. Dass du dich selbst stark siehst. Mächtig siehst. Voller Kraft, voller Glauben. Siehst du? Wenn du also nicht so bist, denkt Gott, oh, was ist los mit ihm, mit ihr? Halleluja. Halleluja. Ich bin so glücklich, ich persönlich bin so glücklich über die Zeit, in der wir jetzt leben. Denn die Bibel sagt, dass das die beste Generation ist. Das ist die beste Generation. Ihr solltet sehr glücklich sein. Aber sicherstellen, dass ihr siegt. Ihr müsst siegen. Ihr müsst siegen. Ihr müsst siegen. Egal, was los ist. Ihr müsst siegen in eurer Familie. Auf eurem Arbeitsplatz. In Bezug auf eure Gesundheit. Du planst, wie du gerne hättest, wie dein Leben sein sollte. Und gemäß dem Wort Gottes. Und das akzeptierst du. Und das wirst du erleben. Egal, was los ist. Vergiss das nicht. Halleluja. Halleluja. Der Gott ist gut und seine Güte, die endet niemals. Amen.